um rdb shop update hab schon ein bisschen was gemacht gerade msk und sowas nicht mein ding kann ich nicht mehr so missions alarme es gibt wieder ein waffenverbesserer heute straßensommer hat auch immer was neues eskortiere ob er knacker wieder das wieder lustig mit dem herz immer sprich auf lager das war es war wenn man das schafft kriegt man den dies die bombe auch eine schöne waffe aber reichweite ist nicht so hoch aber schön wir haben auch noch geburtstags feiern also die kriegt man ein paar geburtstagslamas ich glaube jetzt eine woche lang kriegt man jeden tag ein geburtstagslamas shop muss immer gucken ich kann das jetzt leider nicht mehr zeigen weil ich den schon geöffnet habe und wenn ihr jetzt noch zwei missionen macht ich glaube kuchensprenger also sind die fässer davon 30 erledigen und flamingo sammeln auch noch mal zwei beziehungsweise einer ist im shop noch also kann man sich eigentlich jetzt drei geburtstagslamas sichern da gibt es noch jenseits des sternhoffler des geschichten des jenseits kommt man hier ist die auftricks reihe da könnte man die luna die nur die luna ist das oder als kommandante neun prozent kann man eigentlich dann gehen wir zu dem shop hier die prästolische isa ist oder war ich war letzte woche drin genau auch vorher schon vergessen uhrzeit kennen ist sie da drin langen der schild leer ist erhöht sich die fähigkeitsschaden und 20 prozent weil als kommandant um 60 eigentlich nicht schlecht kann man machen aber sollte den fähigkeit halten und drachenschlag würde vielleicht sich da lohnen aber sonst muss nicht unbedingt ich hoffe ist immer noch drin ich hoffe war schon letzte woche drin ich mich nicht irre da sage ich auch mal wieder zu mehr wie sonst immer zorn des wiederkehren drachen scotch erhöht die reichweite von brachenschirn drei kacheln nicht unbedingt gut legendäre kraftquellen das kann mitgenommen werden auge des sturms jetzt eine flasche auch auch einer regentropfen 60 stücke dann nochmal reiner regentropfen ja schön und ich würde sagen ja sonst haben wir nichts mehr also shop ist naja was gut ist auf jeden fall auftragsreihen und geburtstagslamas sehr schön ja mehr haben wir nicht